Untertitelung des ZDF für funk, 2017 30 Sekunden Glück und Ruhm und ich muss euch heute um etwas Ruhe bitten und zwar kommt jetzt eine Frau auf die Bühne, die hat einen Hund und dieser Hund heißt Armani und der sieht aus, ist glaube ich ein Bull Terrier, also der ist, also wenn der beißt, kannst du immer sagen, die Narbe ist von Armani, also das ist, mal so einen ganz plätschernden, leichten, leisen Applaus, auch nur so ganz kurz für Sulaika. So Armani, du bist bereit? Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, die Menschen zu begeistern und ein schlechtes Image aufzupolieren. Riesenapplaus für Armani und Sulaika! Süß!